Hallo liebe Sessentiv-Themen, ich darf euch mit großer Freude berichten, ich bin bereits zum zweiten, dritten Mal da und es hat mich so weit vorangebracht, das erste Mal mein Lernfilm, man kann gar nicht so umsetzen, beim zweiten Mal habe ich dann schon mehr mitgenommen, ich konnte verschiedene Dinge wirklich anwenden und umsetzen und plötzlich ging der Knoten auf, durch das Erlernte und Angewendete habe ich plötzlich Aufträge, die gehen in die 190 Millionen und aufwärts und somit konnte ich mich tatsächlich in die finanzielle Freiheit, Boxen, Kämpfen, Erarbeiten und das alles dank Sessentiv und der lieben Sonja mit Team. Herzlichen Dank dafür, ich freue mich aufs nächste Mal, ich bin auf jeden Fall wieder dabei, nein ich werde öfters kommen als bisher, denn ich habe hier so viel Sensationelles gelernt, das mich absolut vorantreibt und ich möchte da gerne weiter warten. Vielen Dank, bis bald.